Moin, hey, da sind wir wieder. Heute am, was ist denn heute? Heute ist Donnerstag, oder? Ja, ich glaube, heute ist Donnerstag. Äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, ja. Äh, warte mal eben. Weiß ich jetzt gar nicht. Unter, Dienstag, ne, heute ist Mittwoch, ne? Heute ist. Habe ich gestern irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich gestern in der Folge gesagt habe. Ich muss, ich komme mir gerade gar nicht klar, was hier für Tage sind. Da muss ich gleich erstmal nach dieser Aufnahme, muss ich erstmal gucken. Da muss ich erstmal wieder alles in geriegelte Bahnen leiten. Ich gucke mich mal so ein bisschen um die Produktion, die Ernten, Laufen, oder weniger automatisch. Was mich sehr freut. Was mich wirklich sehr, sehr freut. Wir können hier wirklich vieles machen. Viel produzieren auch nebenbei. Und können damit Geld verdienen, sodass wir dann uns auch noch wieder weitere, viele Felder und vielleicht auch noch tolle Maschinen kaufen können. Ja, guck mal. Was ist denn heute für ein Tag? Gerade in meiner Aufnahmeliste. Das war die Sonntagsausgabe, nachmittags, oder es ist Montag, muss heute Mittwoch sein. Ich sage jetzt mal, heute ist Mittwoch. Also, wie hat euch denn dann gestern, ich glaube, das habe ich dann allerdings auch gestern schon gefragt, weil ich dachte, gestern wäre schon Mittwoch, also in der Ausgabe von gestern. Egal. Ihr müsst das nicht verstehen, wenn ich hier verwirrt bin. Ja, wie auch immer. Wie hat euch denn das gefallen mit dem Match, Experience und Friesenjung? Oh nein, nicht schon wieder hier irgendwie einer von diesen dämlichen... Ja, 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 Mann, ey. Gibt es da nicht was von Ratio Farm? Unglaublich, ey. Einmal voll machen. Gucken, ob wir die denn auch noch loswerden, hier vorne, bei den Hackschnitzeln. Oder nicht? Zellstofffabrik muss auch eigentlich bis oben hin voll sein, oder? Wahrscheinlich. Also nicht mit Hackschnitzeln, sondern mit Produkten. Hier werde ich schon keine mehr los. Selten dämlich. Ich hätte auch erstmal die Anhänger da hinten leer machen sollen. Oder? Da vorne war noch gar nicht ganz leer. Dann stelle ich den da wieder hin. Ja, bei Palettenproduktion. So, ich muss nämlich jetzt hier unbedingt auch noch wieder mich drum kümmern. Oh Mann, ey. Jetzt darf ich hier hinter jedem zweiten Drescher hinterher, oder was? Das gibt's doch nicht. Das ist doch nervig. Das ist doch nervig. Das ist doch nervig. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch schön, das wird hier alles schön kommissioniert für uns Okay Und die produzieren hier schön für uns unsere Sachen Das ist doch dufte Oh, standen da Dingens da drin Dann hier etwa fertige Paletten drin Naja Drei Stück Oder zwei fertige, eine nicht fertige Ja, die ist noch nicht voll Aha, okay, die haben hier wahrscheinlich kein Wasser mehr Ne, die haben kein Wasser mehr Alles klar Muss ich mich dann mal wieder drum kümmern, dass da Wasser hinkommt So, ja, jetzt ist hier gerade Achterbahn Also Das mal ihm hier Ich weiß tatsächlich nicht Was ich da noch Noch machen soll, dass die nicht so schlingern Also ihm vielleicht einfach Grundsätzlich schon mal mehr Gewicht geben oder was Ich weiß es nicht Oh, ne Ne Ich flippe aus, ey Ich flippe hier aus Was soll der Scheiß Das lief doch alles Mann, du Ist das ätzend Naja Das mit den durchdrehenden Reifen Da kann ich Kann ich mitleben So, jetzt müssen wir erst mal gucken Steppen wir uns mal durch Meint er jetzt Er ist fertig oder was Voll bist du ja noch nicht Hätte ich ja gesehen So, warum machst du nicht weiter Da ist ein Helfer eingestellt Man weiß es nicht Ich muss jetzt nicht von Hand hier alles ernten Noch, ne Den Rest, oder Hier verstehst du schon, dass hier noch ein Feld ist, oder Ne Versteht er nicht Gibt's nicht, ey Gibt es nicht Was soll der Quatsch So, super Das Rapsfeld ist abgeerntet Und das ohne einmal eingreifen zu müssen Respekt Das Rapsfeld ist nicht oh mann ja nun sieh zu, sonst bin ich gleich voll jetzt wo man es gelobt hat, dass es alles so gut läuft auf dem einen Felder und jetzt hat er durchdrehende Reifen ich drehe durch, nicht nur ich, auch die Reifen drehen durch ok 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 jetzt sollte man das dann noch einstellen so, eigentlich könnte ich dann den Lexion hier unten jetzt ansetzen ach er hat die Arbeit erledigt ok ok alles klar alles klar alles klar du bist schon fertig meinst du zumindest schauen wir mal ich weiß nicht warum du schon fertig sein solltest aber warte ich jetzt hier erstmal irgendwo an den Feldrand und park dich da ja ich wollte dich nicht auf den Deich stellen ich wollte dich nur an den Deich stellen so der soll fertig sein das kann aber tatsächlich sein ich speichere mal zwischendurch den mach ich ja so selten ne da machen wir jetzt noch nicht weiter ok er ist also doch noch nicht so weit wie ich dachte macht aber auch nichts und da steht schon warum warum heute ging doch alles okay ich weiß ich weiß ich weiß Okay. Oh, die Zeit ist schon wieder um. Unglaublich. Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, das Kommentar, Like, Abo. Ich gehe jetzt da mal immer noch von aus, dass heute Mittwoch ist. Morgen Donnerstag, 10 Uhr, ganz normal, wieder eine Ausgabe. Und dann gibt es auch... Ja, was gibt es denn dann auch? Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich vergessen. Habe ich vergessen. Ach so, Donnerstag, 16 Uhr. Ja, dritte Folge vom Match Experience gegen Friesenjung. Schaltet rein. Bis denn. Ciao.